Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr ja wisst, wir haben ja alle die Energiewende und ihr wisst ja auch, ich habe ein ziemlich großes Haus mit noch einer Ölheizung. Und die Kosten werden leider jedes Jahr immer teurer. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren immer so im Schnitt 1000 bis 1500 Euro Heizkosten gehabt. Dieses Jahr wird das erste Jahr sein, wo ich deutlich über 3000 Euro Heizkosten komme. Deswegen werde ich früher oder später nicht um das Thema erneuerte Heizung herumkommen. Und man kommt hier leider auch nicht um das Thema oder man kommt um das Thema Wärmepumpe nicht herum. Ihr kennt ja im Großen und Ganzen so meine Meinung. Ich bin ja auch ein bisschen skeptisch noch eingestellt. Aber ich möchte mich heute mal ein bisschen zum Thema Wärmepumpen mit euch informieren. Wir haben uns hier ein paar schöne Fragen für euch aufgeschrieben. Und deswegen habe ich mir jetzt hier einfach mal einen Experten gesucht, der mir einfach mal die Fragen beantworten kann. Hallo Marc, mein Name ist Markus Hüning. Vielen Dank, dass du heute kommen konntest. So Markus, jetzt kommt eigentlich gleich die wichtigste Frage. Wärmepumpe. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und wichtig, du erklärst uns das mal so, als wenn wir komplette Laien wären. Ja, gut, das wollen wir mal versuchen. Bei einer Wärmepumpe ist das ganz Besondere in der Unterscheidung zu einer normalen Heizung, dass sie die Wärme nicht alles aus ihrer Energiequelle zieht, also aus dem Gasnetz, aus dem Öltank oder aus dem Stromnetz, sondern dass sie in der Umgebung Wärme einsammelt und diese dann auf ein höheres Temperaturniveau befördert. Und das geht vergleichsweise energieschonend. Ja, und hier gleich eine Frage. Mit welchem Verhältnis muss ich denn da in etwa rechnen? Wie viel Energie bekomme ich denn aus so einer KWH Strom? Und wie muss ich mir das überhaupt insgesamt vorstellen? Das hängt natürlich ein bisschen von der Anwendung ab. Also es gibt unterschiedliche Quellen, wo man die Wärme hernehmen kann. Und es gibt auch unterschiedliche Temperaturniveaus, auf denen man die Wärme nachher in der Wohnung oder in dem Haus braucht. Wir sehen das gleich. Wir haben ja mal nochmal ein Beispiel vorbereitet. Jetzt im Altbau, was ja auch viel in den Medien diskutiert wird, kommen wir auf Jahresarbeitszahlen so um die 4,5. Das heißt, wenn ich eine Kilowattstunde elektrisch reinstecke, kriege ich auf einem Temperaturniveau von so 55 Grad für Heizkörper ungefähr viereinhalb Kilowattstunden Wärme raus. Was natürlich eine unheimliche Verstärkung ist. Genau. Und ja, zum Prozess kann man das vielleicht nochmal ein bisschen näher beschreiben. Also es gibt ja sehr viele Arten von Wärmepumpen. Wärmepumpen entziehen, wie ja gerade schon erwähnt, ihre Wärme aus der Umgebung. Das kann sein aus der Luft, das kann sein aus dem Wasser, aus dem Grundwasser, aus dem Boden. Ganz unterschiedliche Typen. Am einfachsten zu installieren ist natürlich immer mit der Quelle der Luft, die ist überall unbegrenzt vorhanden. Und geht dann hin und verdichtet diese Wärme sozusagen auf ein höheres Temperaturniveau. Also eine Wärmepumpe funktioniert, das kann man sich vorstellen wie in der Küche. Jeder hat schon mal einen Kochtopf mit Wasser auf den Herd gestellt. Natürlich nehmen wir in der Wärmepumpe kein Wasser, sondern wir nehmen Kühlmittel, weil Wasser halt von seinen Temperaturen und Phasenübergängen halt nicht ganz geeignet ist. Aber wenn Sie schon mal einen Topf auf dem Herd mit Wasser angestellt haben und das Kochen haben lassen, dann sehen Sie, dass das Wasser zum Beispiel normal bei 100 Grad kocht. Wenn Sie jetzt sich natürlich mal auf die Zugspitze stellen oder auf die Spitze von Mount Everest und da versuchen mit demselben Topf dasselbe Wasser weiter zu kochen, dann werden Sie feststellen, Sie brauchen gar keine 100 Grad mehr. Sie können dann vielleicht mit 90, 80 Grad kochen. Wenn Sie das Ganze unter eine Vakuumglocke tun, können Sie bei Umgebungstemperatur schon kochen. Oder andererseits, wenn Sie einen Dampfdruckkochtopf nehmen, haben Sie vielleicht 110 oder 120 Grad, bei der Sie kochen können. Also man sieht sofort, wo Wasser oder auch andere Flüssigkeiten sieden oder kochen, hängt vom Umgebungsdruck ab. Und die Wärmepumpe macht sich dieses Prinzip zunutze. Sie geht nämlich einfach hin und ändert den Umgebungsdruck in ihrem Kreislauf und kann dadurch den Siedepunkt auf unterschiedliche Temperaturniveaus verschieben. Und jetzt ist es so, das kann man auch sehr gut in der Küche beobachten, wenn ich so einen Topf auf den Herd stelle, dann stelle ich fest, es dauert vielleicht eine Minute oder zwei, bis der Topf anfängt zu kochen. Aber wenn ich dann kochen lasse, bis der Topf wirklich leer gekocht ist, das dauert dann nicht eine Minute oder zwei, sondern eher eine halbe Stunde. Das heißt, der Laie erkennt relativ schnell, es wird viel mehr Energie verbraucht oder umgewandelt beim Sieden, hier gemessen über die Zeit, als beim Erwärmen. Und das ist auch der Grund, warum so eine Wärmepumpe genau mit diesem Phasenübergang flüssig-gasförmig dann arbeitet. Wenn wir jetzt etwas detaillierter gleich darauf eingehen, dann haben wir das technisch in der Wärmepumpe mit einem Kreisprozess realisiert. Das heißt, nehmen wir an, wir haben eine Luftwärmepumpe, so wie Sie auf den Ausschnitten gleich zum Beispiel sehen, dann wird die Wärme auf der Umgebungsseite aufgenommen und dabei wird ein Kühlmittel verdampft. Und der Controller der Wärmepumpe sorgt einfach dafür, dass das Verdampfen durch Einstellen des Drucks genau bei dieser Umgebungstemperatur funktioniert. Wenn dann dieses Kühlmittel verdampft ist, wird es verdichtet auf einen höheren Druck. Damit steigt dann wieder der Siedepunkt und das wird von dem Regler so eingestellt, dass wir genau das Verflüssigen dann wieder auf dem Temperaturniveau machen können, wo zum Beispiel unser Heizungswasser nachher betrieben wird. Und dieses verflüssigte Wasser auf dem hohen Druck fließt dann einfach durch ein kleines Loch, so eine Drossel, Expansionsventil, wieder zurück auf die Verdampferseite und so durch diesen Kreislauf, angetrieben durch den Verdichter, wo auch dann der Strom reingeht, können wir dann gemütlich die Wärme von dem kalten Niveau auf das warme Niveau anheben und eben wie gerade erklärt, relativ energieschonend. Okay, und was gibt es noch zu machen? Gibt es eigentlich verschiedene Typen von Wärmepumpen? Gibt es da einen kleinen Abriss, den du uns mal mitgeben kannst? Also es gibt sehr viele verschiedene Typen von Wärmepumpen. Die unterscheiden sich eigentlich in drei wesentlichen Aspekten, nämlich wo kriegen sie die Wärme her, welche Hilfsenergie nutzen sie und wie geben sie die Wärme ab. Um jetzt mal zwei, drei Beispiele zu nennen, wo kommt die Wärme her? Das kann zum Beispiel aus der Umgebungsluft sein, das ist am einfachsten, aber es kann auch aus dem Boden sein, aus dem Grundwasser. Ja, wie wird die Energie zugeführt? Das ist in der Regel meistens Strom, aber wenn Sie Ihren Campingkühlschrank anschauen, dann sehen Sie, es geht zum Beispiel im Prinzip auch mit Gas oder ähnlichen Medien. Und wie wird die Wärme abgegeben? Das ist zum Beispiel ans Heizungswasser, aber manchmal auch an Trinkwasser oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich gleich die Hauptfrage, ich habe ja jetzt jahrelang Ölheizung, Holzheizung gehabt. Wo liegen denn jetzt eigentlich die Vorteile der Wärmebombe? Also ein wichtiger Vorteil, wo natürlich viele Leute immer drauf schauen, sind auch die Kosten. Und diese Kosten machen sich bei einer konventionellen Heizung wie einer Gasheizung, vor allem zum Beispiel durch fixe Kosten, erstmal bemerkbar. Ich brauche einen extra Gaszähler, der Gebühren kostet. Ich habe einen Schornsteinfeger, der die Anlage überwacht, was Gebühren kostet. Und ich brauche auch regelmäßige Heizungswartung, was Gebühren kostet. Das kann man mit so ungefähr vielleicht 500 Euro im Jahr überschlagen kommen. Aber Sondereffekte ist irgendwas kaputt, kann das auch ganz schnell mal 1000 Euro werden. Darüber hinaus ist natürlich auch die Frage, wenn wir uns über eine Wärmepumpe nachdenken, was für Variable Kosten hängen da dran, also an den Verbrauchskosten. Und da werden wir gleich auch mal ein Beispiel vorrechnen im Altbau, wo man dann erkennt, dass auch die Verbrauchskosten für den Brennstoff oder in unserem Fall dann den Strom geringer ausfallen, wenn das System ordentlich aufgebaut ist als bei einer konventionellen Heizung. Und einer der letzten Vorteile ist natürlich auch, wenn man nicht nur aus dem eigenen Weltbild denkt, sondern vielleicht auch diesen Umweltaspekt mit in Betracht ziehen möchte. Es ist einfach sehr viel effizienter, im Kraftwerk aus Gas Strom zu machen und dann mit der Wärmepumpe daraus wieder Wärme zu machen. Da kriegt man halt aus derselben Menge Gas die doppelte Menge an Wärme oder noch mehr. Das heißt, insofern ist es für die zur Schonung von Energierohstoffen auch sicherlich ein Vorteil. So und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ich als Hausbesitzer, was brauche ich denn oder was muss ich für Voraussetzungen überhaupt mitbringen, damit ich die Wärmepumpe installieren kann? Also wenn Sie eine Wärmepumpe installieren wollen, was Sie als erstes mal brauchen, ist, Sie brauchen einen Aufstellerort. Den müssen Sie natürlich finden. Sie brauchen natürlich einen ordentlichen Stromanschluss, aber in modernen Häusern ist es so, die werden alle mittlerweile mit 63 Ampere auf drei Phasen angeschlossen. Das ist kein Thema. Und Sie müssen natürlich gewisse Umbauten dann machen, weil bisher ist Ihr Haus ja auf dem Heizungskeller fixiert. Sie müssen natürlich von dort dann auch Infrastruktur nach draußen führen zu der Wärmepumpe. Und ein Punkt, der relativ wichtig ist, Ihr Heizsystem sollte nach Möglichkeit mit einer geringeren Vorlauftemperatur auskommen. Also wenn Sie Ihr Wandheizkörper mit 55 Grad haben, ist das auf jeden Fall machbar. Das ist auch noch wirtschaftlich sinnvoll. Wenn Sie natürlich eine ganz alte Heizung haben mit 70 oder 90 Grad Vorlauftemperatur oder wenn Sie vielleicht, es gab so Einkreissysteme, um Materialkosten bei der Installation zu sparen, dann wäre das Ganze wahrscheinlich nicht so toll. Was natürlich ideal wäre, wäre eine Fußbodenheizung oder Gebläseradiatoren. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der mich am meisten wahrscheinlich abschreckt oder was hier so in den Medien geistert. Was kostet mich denn das überhaupt? Was kostet so eine Wärmepumpe überhaupt? Ja, also wir jetzt von Wärmemeister verkaufen Wärmepumpen ab rund 3.000 Euro. Das hängt natürlich ein bisschen von der Größenklasse ab. Haben Sie nur eine Eigentumswohnung oder haben Sie ein Einfamilienhaus? Das heißt, die Wärmepumpe an sich ist gar nicht der wirkliche Kostenfaktor. Der Kostenfaktor, wenn so Zahlen durch die Medien geistern, sind vor allem auch die Umbauten. Und da denken wir jetzt von Wärmemeister, dass gerade eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung oder einer Ölheizung eine sehr einfache Technologie ist, sodass auch der Anwender hier eine gewisse Menge Muskelhypothek einfach mit einbringen kann und dann so zu der Wärmepumpe vielleicht noch ein paar Materialkosten anfallen, aber er eine ganze Menge selber machen kann, vielleicht auch in Nachbarschaftshilfe und so die Kosten dann extrem überschaubar halten kann. Okay, und das wäre jetzt natürlich bei mir, stellt sich die Frage, ich habe ja wirklich doch einen recht massiven oder recht alten Altbau und ich habe ja auch noch meine Ölheizung. Die möchte ich vielleicht aber auch noch gar nicht so rauswerfen. Gibt es denn die Möglichkeit, vielleicht das zu kombinieren? Macht das eventuell auch Sinn? Und wie sieht es dann generell mit den Kosten aus, mit den Betriebskosten? Gibt es da irgendwelche Rechnungen, dass man sich vielleicht mal einen Überblick machen kann, ja, wo laufe ich denn dann so hin, wenn die Bumpe im Betrieb ist? Also das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Die erste Frage war ja, Sie haben eine Ölheizung und wollen die parallel betreiben. Dies ist auf jeden Fall technisch möglich. Was man natürlich dabei bedenken muss, ist, dass dann die Fixkosten für die Ölheizung bleiben. Das heißt, Sie sparen nicht daran, dass Sie keinen Schornsteinfeger mehr haben oder keine Heizungswartung mehr durchführen müssen oder Ihren Öltank warten müssen. Sie sparen nur an den variablen Kosten. Aber auch selbst dann bei größeren Anlagen macht dieses dann auch einfach Sinn, weil Sie, selbst wenn Sie komplett mit der Wärmepumpe heizen, weniger Stromkosten haben als vorher Ölkosten. Und insbesondere, wenn Sie diese Übergangsphase nehmen, dass Sie sagen, Sie nehmen eine kleine Wärmepumpe, die gar nicht Ihr Haus komplett versorgen kann, aber die gut für die Übergangszeit reicht, können Sie in der noch viel mehr sparen, weil Sie da dann noch Jahresarbeitszahlen deutlich besser hinkriegen. Dann war noch eine Frage, die Sie gerade kurz nochmal gestellt haben, wie man so ein System vielleicht auslegen kann und Abschätzung kriegt, wo man da landet. Dazu kann ich Ihnen vor allem erst mal empfehlen auf unserer Wärmemeister FAQ-Seite. Dazu sind einige Beschreibungen, wie man das auslegen kann. Und es gibt auch im Download-Bereich Tools, wie Sie das abschätzen können. Und Sie finden natürlich auch öffentlich im Internet hierzu sehr viele Tools, wie Jahresarbeitszahlrechner, mit denen Sie das sehr gut vorab abschätzen können. Und wenn ihr euch natürlich für diesen Rechner und für weitere Informationen dazu interessiert, schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die ganzen Zugangsquellen, sodass ihr das auch mal ein bisschen auf euren Bedarf umrechnen könnt. Dann haben wir noch ein kleines Beispiel für euch mitgebracht. In diesem Beispiel haben wir jetzt mal exemplarisch ein Einfamilienhaus mit 15.000 Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr. Und da haben wir ausgerechnet, dass man da Heizkosten in der Größenordnung knapp 2.000 Euro hat. Wenn man jetzt eine Wärmepumpe einsetzt, spart man so in der Größenordnung von 400 Euro an fixen Kosten, wie wir gerade ja schon besprochen haben. Und bei einer Jahresarbeitszahl von 4,5, wofür es auch genügend Quellen gibt, auch im Internet und YouTube, dass das eine realistische Zahl für den Altbau ist. Mit wandhängenden Heizungen bis 55 Grad, Vorlauftemperatur, spart man nochmal dasselbe an variablen Kosten, sodass man in Summe, haben wir ausgerechnet, 44 Prozent Kosten spart. Da ist natürlich jetzt nicht berücksichtigt, dass sie ihr System umbauen dürfen. So, und im Großen und Ganzen werde ich ja nicht drum herum kommen. Ich muss irgendwas machen. Meine Heizung ist von 1992. Und die Heizkosten gerade bei fossilen Brennstoffen steigen immer mehr an. Also werde ich um den Umbau nicht herumkommen. Deshalb gleich meine Frage, wie leicht ist denn das jetzt für mich zu installieren? Oder wird das ein sehr großer Aufwand für mich? Also wenn Sie das machen wollen, ich denke, mit Ihrer Vorbildung ist das gar kein Problem, das zu machen. Die erste Frage, die Sie sich beantworten müssen, ist natürlich, wie groß soll die Wärmepumpe sein, die ich einbauen möchte? Sie müssen sich die Frage stellen, soll die Wärmepumpe groß genug sein, um nachher mein Haus komplett zu installieren und ich dann in Zukunft die Ölheizung dann auch stilllegen kann? Oder möchte ich erst mal nur eine Wärmepumpe machen, die mir in der Übergangszeit hilft? Wenn Sie sich diese grundlegenden Fragen der Konzeption beantwortet haben, dann wäre der nächste Schritt, dass Sie in die Umsetzung gehen könnten. Und für die Umsetzung ist vor allem erst mal die erste Frage, habe ich einen ordentlichen Aufstellort, wo ich die Wärmepumpe aufstelle? Und dann muss ich diesen Aufstellort natürlich präparieren. So eine Wärmepumpe wiegt so um die 150 Kilo vielleicht, je nach Typ. Und die können Sie natürlich nicht in Ihr Rosenbeet stellen, sondern Sie müssen einen befestigten Boden haben, eventuell vielleicht auch ein Streifenfundament setzen. Dann wäre der nächste Schritt, wenn Sie dieses Fundament präpariert haben, dann könnten Sie zum Beispiel beim Wärmemeister eine Wärmepumpe bestellen, könnten Sie auf dieses Fundament stellen und dann wäre der nächste Schritt, dass Sie dann anfangen, die Wärmepumpe mit Ihrem Heizkreislauf zu verbinden, systematisch. Da sollte natürlich dann, wenn Sie jetzt eine bestehende Ölheizung haben, ein Installateur mit drauf gucken, dass Sie die Sicherheitssysteme von Ihrer Ölheizung nicht außer Betrieb setzen. Das Wichtigste wäre natürlich der Elektroanschluss. Hier sollte man auf jeden Fall sich dann doch auch nochmal eine Fachhilfe oder fachlichen Rat suchen, weil den Hauptanschluss kann dann sowieso nur eine Fachfirma machen. Ja, genau. Also was natürlich ist, im Grunde genommen ist eine Wärmepumpe anzuschließen, nicht schwieriger als der Anschluss von einem Elektroherd. Die Problematik ist nur die, dass beim Elektroherd das Kabel schon da liegt und bei der Wärmepumpe nicht. Also sind Umbauten an der Unterverteilung nötig, sodass auf jeden Fall eine Fachfirma diesen Abschnitt beaufsichtigen muss. Und Sie können da sicherlich Beihilfe leisten bei den meisten Firmen, dass Sie so die Kabel und so weiter vorlegen. Aber die Prüfung der Leitung und den Umbau der Unterverteilung bleibt auf jeden Fall einer Fachfirma vorbehalten. Also heißt das im Großen und Ganzen, wir können schon sehr viel selber machen und können damit natürlich die Einbaukosten extrem drücken. Ja, so sehe ich das. Sie haben im Vergleich zu einer Gas- und Ölheizung, Sie haben nicht das Problem mit dem Brennstoff, wo ja natürlich sehr viel hohe Energie explosionsgefährlich transportiert wird. Sie haben nicht diese Vergiftungsgefahr, wie Sie sonst bei einer Heizung mit der Strömungssicherung oder Ähnliches haben. Das heißt, das ganze System arbeitet auf einem viel niedrigeren Temperaturniveau. Das heißt, die Gefahr, dass Sie da Dampf produzieren und diesen zur Explosion bringen könnten oder sowas in der Art, die gibt es in dem Rahmen nicht. Insofern ist die Wärmepumpe durch Ihr Konzept sehr viel, sehr viel Lein-tauglicher als... Installationsfreundlicher, einfach so gesehen. Als genau, ja, so kann man das sagen. Wo Sie sich natürlich vielleicht Hilfe holen sollten, ist, wenn Sie mit der Wärmepumpe auch Trinkwasser warm machen wollen, weil Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Da gibt es sicherlich Hygienevoraussetzungen, die Sie da wirklich beachten sollten. Wenn ihr euch natürlich jetzt für das Selberbauen mehr interessiert, was ich natürlich auch tue, so kann ich euch auch empfehlen. Hier gibt es auch eine schöne Seite, die wir für euch aufbereitet haben. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung, dort könnt ihr mal drauf schauen. Und dann seht ihr die einzelnen Prozesse nochmal genauer beschrieben. So, und um die ganze Geschichte mal etwas zu veranschaulichen, haben wir das auch nochmal hier in einer kleinen Mietswohnung uns schon mal über einen gewissen Zeitraum angeschaut. Wir können uns auch mal ganz kurz hier die Wärmepumpe anschauen. Hier seht ihr die Wärmepumpe. Und hier auch ein wichtiger Punkt, wie ist denn der Geräuschpegel so einer Wärmepumpe? So, und hier auch mal einen kleinen Test. Hier seht ihr mal die Wärmepumpe im Betrieb. Und ihr hört, ich spreche eigentlich noch mit euch. Und so habt ihr auch mal einen kleinen Schallpegelvergleich. Also die Wärmepumpe ist natürlich deutlich leiser als mein besprochener Schall. Das heißt also, wenn ihr die Wärmepumpe irgendwo jetzt im Garten oder sowas aufstellt, ist das jetzt eigentlich nicht so störend. Und dann natürlich die Frage, was haben wir hier jetzt schon für Zahlen ermittelt? Wir können sie euch ja einfach mal einblenden. Zu der Wohnung, wo sie auch die Aufnahmen gemacht haben, war der Vermieter so freundlich. Der hatte uns den Stromzähler für die komplette Wohnung. Also die Wohnung hat auch einen Durchlaufwasser-Aidser für die Warmwasserproduktion. In der Wohnung wohnen zwei Leute. Und die haben natürlich auch ein normales Leben mit Fernsehen, Licht und so weiter. War also freundlich, hat uns die Stromzähler fotografiert. Und wir sehen jetzt, die Wärmepumpe ist zum 1.12. letzten Jahres eingebaut worden. Jetzt haben wir nicht ganz ein Jahr. Also es fehlt ein Monat und zehn Tage. Und wir hatten einen Stromverbrauch von 3.400 Kilowattstunden rund. Wenn ich jetzt einfach mal in Google eine Zwei-Personen-Wohnung mit Warmwasser und mit Durchlaufwasser-Aidser Google, dann stelle ich fest, dann sagt mir der Google, wir haben dafür einen 2.800 Kilowattstunden Verbrauch für das Grundsätzliche im Schnitt. Dann sehen wir, dass die Wärmepumpe im Verhältnis gar nicht so signifikant zusätzlich dazu kommt. So, und das bedeutet natürlich für mich, ich werde jetzt nach und nach mit diesem Projekt starten. Dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil der Winter direkt vor der Tür steht. Aber im Großen und Ganzen werde ich mir das Projekt jetzt mal annehmen. Und wir werden das Projekt auch nach und nach begleiten. Das heißt, wir werden jetzt hier auf diesem Kanal mehrere Videos zu diesem Thema machen. Zum Einbau, zum Anschließen, zur Bedienung und dann zum Schluss auch zu den Ergebnissen, zu denen ich dann gekommen bin. Wenn ihr natürlich Fragen zu diesem Thema habt, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Fragen beantwortet haben, aber es werden wahrscheinlich viele Fragen von euch kommen, macht doch einfach mal Folgendes und ihr schreibt sie unten in die Kommentare. So können wir die Fragen einfach mal sammeln. Und wenn hier ein paar sehr interessanten Fragen dabei sind, können wir vielleicht nochmal so eine kleine Frage-Antwort-Runde machen und euch hier dann eventuell auch nochmal die eine oder andere Hilfestellung geben. Ich sage hier nochmal sehr herzlichen Dank fürs Kommen oder dass ich hierher kommen durfte und du uns einfach mit uns die Fragen jetzt schnell beantwortet hast. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu besuchen. Wir freuen uns auf die nächsten Videos. Ja, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, Markus. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.